Ich möchte nur feststellen, das war die Meinung und die Einstellung einer Wesenheit, die wir hören und die wir akzeptieren. Aber wir müssen sie nicht alle annehmen. Ich möchte dazu gar nicht mehr sagen, sondern ich denke, es geht nicht um Einschließen, um Ausgrenzen, um Wiederregeln machen. Jeder hat sein eigenes Verständnis davon, von dem, was er für richtig oder falsch hält. Ich glaube, es kommt darauf an, was wir im Herzen haben, die Einstellung dazu. Und wenn jemand ein Messer tragen möchte, weil er glaubt, er braucht es, dann ist das reine Interpretation, wenn ich ihm vorwerfe, er trägt eine Waffe zu Kampfzwecken. Das ist meine Sicht der Dinge und nicht die des anderen. Und deswegen möchte ich das nur irgendwie auch sagen, respektvoll, aber ich akzeptiere und respektiere deine Meinung. Nur möchte ich dazu sagen, es ist nicht allgemeingültig. Jeder macht sich sein Bild darüber und bitte lassen wir jeden sein, wie er möchte und achten darauf, was jeder in seinem Herzen hat und nicht am Gürtel hängen, weil das ist wieder Interpretation. Applaus Musik 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 Bis zum nächsten Mal.